Hallo, willkommen zurück zu ner neuen Runde Worms. Hi. Hi. Ja, mit dem Verlierern. Mit Haaren, Ole und mir, den Fabi. Metal, ich bin der Fabi. Und ich darf bestimmt wieder anfangen, genau. Das ist doch Cheaten, ey. Jetzt geh doch nicht auf Alexander. Bin ich wieder rot? Ja. So, jetzt hab ich die Mosfie, äh, mit der Kamera einsteigen Schilder verpinnt. Nicht auf Alexander. Jawoll. Du kannst ihn noch bewegen, ne, nachdem er geschossen ist, ein bisschen. Ja, ja. Ich will aber Ole auch noch ne Chance lassen, sonst freut er gleich wieder. Ah, ja. Andreas geht jetzt fliegen. Oh, nee. Das ist Andreas von dir? Ja, der ist von mir. Ach, Baseballschläger ist noch gesperrt. Hahaha. Mach doch Karate-Dreck. Oh. Warte, löst du eigentlich mich auf? Ja. Hm, das war jetzt nicht so prickelnd. Also, Ole geht schon mal wieder auf, äh. Tapp um. Uff. Ui. Oh, 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 dein Pups, der ist aber auch ganz gut, ne? Das, ne, ich werde es verkacken. Äh. Ne, das ist zu viel Gegenwind. Äh. Ich was soll ich gar nicht... Ich glaub, die werden ganz vom Wind beeinträchtigt. Nicht? Ich weiß es nicht. Ich probier's lieber nicht aus. Ich probier's lieber nicht aus. Die goldene Mitte? Oh, oh. Wie brech ich das jetzt ab? Ah ja. Wie hast du's? Wer hast du's? Hm. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Fuck. Ey. Wir sollten immer auf Alexander. Ich hab den Nüppel nicht gesehen, weil da ein Wurm, das Symbol mit deinem Leben da drüber war. Might be sure about these. Ich glaub, der Andreas, der muss jetzt erstmal ein bisschen, äh, rächen. Nimm... Ach, der Baseballsteuer gibt's noch nicht. Verdammt. Ich hab... Hm. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch schon. Ich hab Ole. Oh, das war die falsche Richtung. Du hättest ihn runterpölen können. Ah, stimmt. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich wusste auch gar nicht, wie stark der Schlag ist. Oh, der ist schon... Oh, ich weiß, dass Alexander nicht dran sein wird. Oh, der Kiste ist weg. Was könnte ich schön machen? Ey, lass meinen Peter Pan... Lass meinen Peter Pan in Ruhe. Keine Granate. Wie ich denen auch schon wieder Tipps gebe, ne? Du willst nur, dass ich da hinten auf Fabi geh. Weil das ist leichter. Nein. Jaaaa. Los geht am Anfang. Sie ist nicht verfliegen. Oh, ich hab mich nur halb selber getroffen. Okay. Ah, ich war da ganz unten. Gut, dass ich mich nicht getroffen hab. Hahaha. So, ich jetzt erst. Hm. Einmal Zeit, ne? Jaaaa. Noch hast du 28 Sekunden. Jaaaa. Was war mir so schönes? Nein. Scheiße, ey. Da muss man sich erstmal gewöhnen. Ich hab eine Granate. Oh, ich hab eine Granate. Oh, ich hab eine Granate. Han hat da oben schon wieder zugemüllt wie sonst was. Ja. Han hat irgendwie immer seine eigene Insel. Ist das dir schon mal aufgefallen, Fabi? Hm. Ach. Ich habe eine Mine bekommen. Yay. Kein Esel? Nein. Oh, du hattest ja einmal... Ne, das war die andere Aufnahme. Äh. Oder? Ja, das war die allererste. Oh, gut. Ey, den kann ich noch nicht nehmen. Weiß nicht. Ich mach jetzt einfach mal einen Blindschuss. Okay. No. Irgendwie kann man auch die Granatenzeit noch einstellen, ne? Ja, mit den 1, 2, 3, 4, 5 Tasten. Ah, ja. Okay. Zu wissen. Oh, nee. Da Fabi ja grad nett zu mir war. Und das es noch nicht freigeschaltet ist, wie ich grad sehe. Hahaha. Lösen den Basketballsträger und pöle mich weg. Und? Nein, noch nicht hier unten. Ist ja Verschwendung. Ich weiß. Ich guck mir grad die Map an. Ja. Ein bisschen rausgucken. Das könnte was werden. Ich probier mal was. Jetzt. Was? Was ist das denn? Mal, mal, mal Nate. Okay. Oh, verkackt. Du hast so viel Glück, ey. Du hast so viel Glück. Du hast so viel Glück. Mach dir erst mal den Hanen-Move, wa? Oh, das ist ein fetter. Da kommt doch niemals hier raus, ey. Da kommt doch niemals hier raus, ey. Ach, das ist ein fetter. Teleporter im Dreirum. Ja, oder wenn du eine Rakete hast. Man, das ist ganz anders, Freunde. Ich hoffe, das haben wir schon freigeschaltet. Mal gucken. Weil? Das ist ein Bohrer. Äh. Luftdruckbohrer. Nein, das ist der Falsche. Das ist der Falsche. Ja, das ist der Falsche. Den da drüber, den Brenner. Zehn Sekunden hast du noch. Boah. Wie er sich da jetzt erstmal durchsavet. Na klar. Der kleine Bunkerbauer, Fabi, wa? Ja. Boah, jetzt mach Ole weg, komm. Ey. Jetzt links ein Dynamit und dann fliegt er rechts auf die Mine. Gib mir doch keine Tipps. Ja, okay. Ach, zum Glück macht das der Han wirklich gut. Ich wollte dich sagen, die könnten da uns verwöhren. Jawoll, sehr gut. Machst gut, ähm, Olek. Auch am blinden. Das ist, du hast so viel Glück, ey. Du warst doch, Olek. Nee, das war Olaf. Olaf. Guck mal, da sitzt der böse Oleksander. Bist du das? Ich glaube schon. So viel Glück, dass das ein Blindgänger war, ne? Da holt er sich die Haltkiste, ey. Äh, noch hat er ein paar Sekunden Zeit. Und jetzt springt er da rüber, wa? Ach, schade. Ole, ich würde jetzt, äh, handeln, ne? Baseball-Schläger, ich bin weg. Tschüss. Das war Han, oder? Ach, das war Han, joh, ich wehe ja rot. Das war ich. Verdammt. Ciao, Han. Oh, wie der geblogen ist. Stiu. Ey, meine sind aber auch echt am Arsch, ne? Sind Teleport schon? Ja, ich glaube, diesmal könnte das Fabis Runde werden. Weil der sich ja ganz gut eingelogt hat. Mach ich denn hier, ey? Da komme ich auch nicht hoch, weil der Nüppel da ist. Und dann habe ich hier einen fetten. Wenn die mich da reinbohren ins Wasser, bin ich tot. Hast du eine Lenkrakete? Das funktioniert eigentlich. Äh, wo ist denn die? Pass auf, wegen dem Wasser, ne? Ich hatte nachher weggespült, wie das. Unter der Bazooka. Naja, habe ich noch nicht. Hm. Oh, grüß. Außerhalb der Karte. Ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Du hättest aber überspringen können. Äh, das stimmt. Hm. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn da so hübsches? Jawoll. Jawoll. Eigentlich wollte ich ja den Fabi treffen. Würde ich es auch behaupten. Nee, ähnlich. Ja, 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 ja. Kannst du Dynamit werfen? Nee, nur fallen lassen. Roger, roger. Over, over. Bitte Klappe. Das funktioniert, glaube ich, oder? Alloy. Alloy. Oh, le, ey. Martin McSmartface, ey. Oh, ja. Hahaha. Ah. Okay. Nei. 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 Oh, ich hab's mir so gewünscht. Ich habe so viel Zeit, warum springe ich denn? Ich hätte ganz gut laufen können. Scheiße. Hahn? Ah ja. Ja? Oh nein. Ja. Oh. Habe ich das? Ja. Danke, Hahn. Hat er doch gerade so... Der steht auf einer Mine! Das ist der kleine oder nicht? Ne. Das ist der Blindgänger gewesen. Das ist der Blindgänger. Jetzt holt er sich zwei Heelkisten. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt schafft er nicht. Das ist aber der Nate runterkollern. Zeit für ein gutes Grillen. Ich bin der Cheese. Ach so, hol die Gnade. Nein! Nein! Oh. Oh. Die Holy Nate. Ach gut, war eine kleine Explosion. Ich habe die ja auch nur halb auf mich gepfeffert. Da würde ich jetzt mit einer dicken, fetten Rakete einfach mal runterballern und den dann wegfluten. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Hast du irgendwas dickes? Wir müssen hoffen, dass das reicht hier, ne? Das reicht natürlich nicht. Ah, ne. Aber 40 Schalen, besser als nichts. Ah, was haben wir denn da? Ähm, ne, Mist. Wollte gerade schon fragen, die Luftangriff in die halb geschlossene Höhe. Ist das ein Betonwiese? Eine Lenkrakete. Wenn man sich mit der Besucher nicht traut zu schießen? Ja. Weil wir auch schon wieder alle auf mich gehen, ne? Guck mal, fahr wieder vorhersicht. Nein, nein, geh ruhig auf den Vierer, sonst macht der dich gleich weg. Hast keinen Zeit mehr. Jetzt mach schnell. Arne, Arne! Arne, Arne! Arne, Arne! Arne, Arne! Ja, das hast du noch. Oh, der schafft es sogar noch. Ja, ist schön. Arne! Arne, unter Druck kann er arbeiten. Boah! Jo, Fabi, du hast doch zwei Würmer nebeneinander, ne? Hm. Ne. Ne. Der 105er den kriegst du nicht, der ist noch durch den Felsen geschützt. Hat er noch ne Hole oder was ist? Bringt er Schatz von alleine? Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, woher aus. Das ist mir zieht scharf. Sehr gut. Hat jeder meine Runde weggeworfen, außer ich glaub ich. Das ist aber nett von der Ohre. Das ist aber nett von der Ohre. Die Auflärmung kam. Telepottet es immer noch nicht. Ach, den muss man sich, den muss man kaufen. Den kistet man gar nicht. Den muss man sich gönnen. Den muss genießen. Jaja. Es gibt ja Kisten mit Money. Arne hat glaub ich schon noch einen Wurmwisch, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und Fabi hat noch alle vier. Oh, warte, wann ist es Sudden Death? Ich glaub in 10 Minuten. Ach, alle zweiter Welt. Ja, 8 Minuten. Das können wir auch mal runterstellen nächste Runde. Das steht auf 20. Können wir auf 15 oder so machen. Auf 10. Erstmal auf 15, würd ich sagen. Ja. Und ganz schön reißt es von Hahn, dass du die ganze Zeit Lenkrakete nimmst, ne? Jetzt hat er aber keine mehr. Sicher? Ja. Sei nur, dass du eine aufgesammelt. Also an deiner Stille, Fabi, ne? Da würd ich aufpassen mit solchen Aussagen. Vielleicht zauber ich ja noch irgendwas aus dem Ärmel. Ach. Ich bin so'n kleiner Cheater. Oh, wir sind doch Freunde. Ich hab's doch angekündigt. Guck mal, schießt den Boden vom 46er weg. Safe kill. Okay. Ist das Wasser? Ah, ne. Okay. Oh, ich dachte, es geht auch mehr auffahren ein bisschen. Ach ja. Ja, ich werd echt an Ahrenschen da unten. Ja, wir müssen es versuchen. Ich wüsste nicht, wie wir es machen können. Und eine Rakete, würd ich sagen, wa? Die könnte nicht treffen, weil die vielleicht zu früh aktiviert wird. Wo geht meine Kamera rein? Okay, bin ich glücklich, Jungs. Ne, das schaffst du doch nicht. Ich bin fetter. Naja, ich würd sagen, das war ein Suizidwurm, wa? Ja, was soll ich machen, ey? Ich komm ja unten nicht weg. Einen Lenkradgerät hätte ich vielleicht nutzen können. Das war's auch. Achso, dann brauchen wir doch mal die letzte Lenkrakete benutzen, wa? Hast du echt noch eine? Nein, Daniel. Guck mal, wie er lacht. Der Blöff, ey. Der Blöff. Da hab ich aber eine Kiste links von dir. Oh, Teleportpistole. Oh, das ist smart. Nee. Piu. 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 Was sollte das jetzt werden? Oh, ich dachte die Teleportier... Die hat nur... Nein. Wenn du irgendwas triffst damit, ja. Aber... Nicht so. Oh. 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 Schade. Boah, ich dachte die wird jetzt die Mine zu mir rüber katapultieren. Ich hätte kurz Angst, dass sie zum 50 runter fliegt. Oh, Glück gehabt. Hey Ole, man. Wir sind doch Freunde, man. Hey Ole. Komm schon. Der Fabi hat genug Leben. Der kann ruhig mal wieder was abgezogen bekommen. Hey Ole. Komm schon. Komm schon. Hau raus. Gefällt mir. Hey Ole, man. Hey Fabi, Bruder. Wir sind doch Freunde. Mach nicht diesen. Denk an deine Ehre. Denk an deine Ehre, Bruder. Un-Ehre. Das sieht ja richtig schlimm aus, ey. Diesmal eh. Oh, Errungenschaft. Jetzt bin ich gerade hier vorne. Frage, Scheidel. Auf den Geschmack kommt es an. Ach ja. Ach so, ich dachte Errungenschaft. Anti-Mage. Hallo. Hallo. Oh, wer ist hier der Anti-Mate? Hahn. Weil der oben ist. Ja, das stimmt. Jetzt könnte der Hahn nicht gewinnen, ey. Der hat die beste Pose. Eigentlich müssten wir uns jetzt gegen Hahn verbinden. Schon wieder? Das wäre Lane. Aber eigentlich hast du recht, ja. Oh. War zum Glück nur ne Cluster, ey. Die macht kaum Schaden. Egal. Ah, ne. Uff. Ja, Mann. Das war... Was meinst du? Wenn du mir nicht angreifst, würde ich es auch nicht machen. Okay, ich bin weg. Schade. Okay. Oh, 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 oh. Das... Fieder brauchen. Okay, oh, dann machen wir noch ne Runde, oder? Deine Entscheidung. Schließ mich ja die an. Okay, dann pass auf. Dann machen wir... Machen wir mal die... Zermübungstaktik, ja. Jetzt die Frage, ob ich mit Lenkrakete machen soll, oder nicht. Mach safe. Erstmal bin ich dran. Ach so. Entschuldigung, hab ich vergessen. Hab schon gar nicht mehr dran gedacht, dass du noch mitspielst. Die Kiste, Hahn. Da ist ein Esel drin. Nimm die Kiste. Da ist Armageddon drin. Links die Kiste. Da ist ein Teleport drin. Hat der Hahn endlich auch mal gesehen. Oh. Oh nein. Fuck. Fuck. Er wollte springen. Willkommen im Verderben, Hans. Oh. Ah, Schitte. Schitte. Okay. Ich glaube... Die Cheats haben heute nix gebracht. Say goodbye. Ich sterbe auch. Oder doch nicht. Oh, Glück gehabt. Oh, 77 hat die mir abgezogen, ey. Was war das? Eine Dynamitstange. Oh. Ach ja. Alles cool. Die macht nicht so viel Schaden. Oh Gott, das wird echt scheiße jetzt. Aber du hast nen Nippel. Aber du hast auch noch nen Lenkrakete, ne? Fuck. Ich hab aber auch. Jaja. Du musst mich jetzt killen, Ole, sonst bist du tot. Do it, Ole. Do it. Do it, Ole. Do it. Okay, das geht nicht. Nee, das Spiel werde ich verlieren. Ja, scheiße. Jetzt musst du mal nen Lenkrakete nur noch treffen. Ja, die wird auf jeden Fall mehr als 24 Schaden machen. Fabi, nimm mal das Schaf. Triffst du besser. Ja, das wirst du auch schön rein. Was? 27 hat's gemacht, dann nochmal 11 Falschaden. Alter, ich hab mir schon ein bisschen die Hose gemacht, ey. Yay, ich hab gewonnen, Fabi. Yay. Das war aber schon wieder unehrenhaft, dass wir uns gegen Han verbündet haben. Han, du bist der Letzte geworden. Dir gehört das Wort. Ja, wie immer, dankeschön. Meine Cheats müssen mal wieder optimiert werden. Ich glaub, ich werd mal ein bisschen mehr Geld daran investieren und irgendwas programmieren. In dem Sinne, ein Däumchen wär ein Träumchen. Kommentar wär auch schön. Und immer schön liken, abonnieren und auf Gefällt mir drücken. Und teilt's mit euren Freunden. Tschüss. Und euren Großeltern. Genau.